1.000 für den Imperator Der YouTube-Kanal In Kooperation mit Games Island Und Art W Studio Hallo und herzlich willkommen bei 1.000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und wir machen heute einen kleinen Exkurs innerhalb der Reihe Ära Indomitus erklärt. Kadia muss also noch eine Woche länger ohne uns standhalten, aber ich sag mal, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir schauen uns heute mal eine Runde eine ganz andere Sache an, nämlich die Frage, was eigentlich Eldari-Korsaren sind und was der Begriff der Sternwunden-Korsaren bedeutet. Das Ganze kommt begleitend zu der kleinen Kill-Team-Battle-Reihe, die Anna und Stefan da gerade aus dem Hut zaubern, um da so ein bisschen Lore-Hintergründe dazu zu haben. Und wenn ihr euch jetzt denkt, welche Battle-Reports, dann solltet ihr ganz zügig hier kurz auf Stopp klicken, die aktuellen Battle-Reports, die unten verlinkt sind, rausnehmen und euch die spätestens nach dem Lore-Video angucken. Die sind nämlich wirklich ganz wunderbar geworden und wir haben da eine ganze Menge anderer Sachen ausprobiert. Genug der Werbung in eigener Sache. Wir werfen uns jetzt direkt auf das Thema, das euch jetzt hoffentlich schon unter den Nägeln brennt und das ihr unbedingt erklärt haben wollt, nämlich die Frage, was sind Eldari-Korsaren überhaupt? Welche Rolle nehmen sie innerhalb der großen Schachspiele der Galaxis ein? Und welche Rolle haben sie eigentlich innerhalb der Eldari-Gesellschaft? Denn auf den ersten Blick sind sie ja nicht die zwingend typischen Eldari, die man sich so vorstellt. Innerhalb der Sprache der Eldari nennt man sie Anrafe. Sie lehnen das klassische Pfadsystem der Weltenschiffbewohner vollständig ab, sind aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und wenn man sich die Kriegerscharen anblickt, auch in der Lage, den puren Hedonismus abzulehnen, den so viele der Druckari für sich selbst entdeckt haben und dem sie nun folgen. Sie bewegen sich in einer Art gesellschaftlichen Zwischenweltschwanken zwischen beiden Sachen hin und her, ohne sich einem wirklich komplett anschließen zu können. Sie führen ein Leben voller Freiheit und genau das ist der Begriff, der ihnen auch wichtig ist und das, was sie niemals hinter sich lassen wollen. Sie führen ein Leben voller Abenteuer und Gewinnen und sind durch und durch launenhafte Zeitgenossen, zumindest wenn man die Eldari fragt, die auf den Weltenschiffen leben und die immer ein wenig beunruhigt auf ihre Vettern aus diesen Kosarenkriegerscharen blicken. Sie prahlen gerne mit ihren Taten und ihren Reichtümern. Schließlich haben sie viel erlebt, viele Schätze angehäuft und Dinge getan, von denen andere innerhalb der Galaxis nur zu träumen wagen. Warum also nicht große Geschichten über den eigenen Namen spinnen, auf das man auf diese Art und Weise unsterblich wird? Allerdings neigen sie auch zu Grausamkeiten und Herzlosigkeiten, aber vermutlich sind das die Dinge, die die Seele prägen, wenn man ständig ein Leben am Rande der Gesellschaft führen muss und in ständiger lauernder Gefahr, wo man eigentlich niemandem vertrauen kann, außer jenen Eldari, die rechts und links neben einem selbst kämpfen. Sie sind stark und ausdauernd. Viele behaupten, sie wären mental deutlich stärker als der durchschnittliche Eldari, haben sie doch Dinge erlebt und überlebt, die viele andere niemals sehen müssen. Und das braucht man wohl auch, wenn man sich die Ziele der Kosaren anblickt, denn sie sind immer auf der Suche nach der nächsten großen Gefahr, nach dem nächsten großen Schatz, den sie an sich reißen können, nach Ruhm, Reichtum, Anerkennung und Ehre. Und so muss man wohl ruhelos bleiben, aber eben auch ab und an ja fast schon herzlos auf die Welt blicken, da man sonst nicht weitermachen kann und auch nicht das überleben kann, was man an Abenteuern begonnen hat. Viele hängen an den Kriegerschar nicht nur, weil sie ihnen eine nie gekannte Freiheit geben, sondern auch, weil es für viele die letzte Heimat ist, die sie kennen, nachdem man sie aus der Gesellschaft, aus der sie eigentlich stammen, ausgeschlossen hat. Dies führt neben allen anderen Dingen auch dazu, dass neben dem Drang nach Freiheit, der Launenhaftigkeit und auch dem Wunsch, das Leben zu genießen, unter vielen Eldari-Korsaren ein sehr starker Nihilismus existiert. Sie haben derartig viel Dinge gesehen, die ihnen gezeigt haben, wie verletzlich und allein die Eldari in dieser Galaxis eigentlich sind. Sie haben verstanden oder glauben zumindest zu verstehen, dass ihr Volk im Untergang begriffen ist, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was sie retten kann. Sie selbst sind das letzte Hurra, das in dieser Galaxis noch existiert. Und warum sollte man sich dann in irgendein Pflichtenkorsett zwingen lassen, wenn man wie ein Leuchtfeuer ausgehen kann und der Welt noch einmal zeigen kann, was sie verliert, wenn die Eldari dann eines Tages nicht mehr existieren. Wenig überraschend sind sie dann auch von allem abgestoßen, was sie wirklich in die Pflicht nehmen möchte oder allem, was sie als Ketten bezeichnen. Neben Verpflichtungen, die zu lange dauern, kann das auch etwas sein, das im eigenen Charakter des Eldari wohnt. Furcht beispielsweise ist etwas, das sie versuchen, gnadenlos auszumerzen, denn es hält einen auf, es macht die Schritte langsamer und kann sich wie eine Kette um die Seele legen, die man auf gar keinen Fall tolerieren sollte. Was sie allerdings mit ihren Vettern gemeinsam haben, ist die zutiefst innewohnende Arroganz allem anderen gegenüber und ihre jeweiligen Fürsten sind mit Sicherheit die Schlimmsten, was die Korsaren in Bezug auf Arroganz jemals hervorgebracht haben. Manche benehmen sich gar wie Könige, wollen wie Adelige behandelt werden, obwohl in ihren Adern nicht ein Hauch blauen Blutes ist und sie nicht einmal in irgendeinem Verwandtschaftsgrad zu einem Adeligen zu sehen sind. Aber sie haben sich eben ihre eigenen kleinen Königreiche aufgebaut und möchten auch genau so behandelt werden. Ihre Mannschaft ist wenig glamourös. Meist ist es Verwandtschaft, die sich ihnen angeschlossen hat. Oftmals sind es aber Ausgestoßene aus der Eldari-Gesellschaft, die keinen anderen Platz mehr haben, weil sie mit irgendetwas nicht zufrieden waren oder gar Verbrecher, die so ihrer Strafe entgehen können, dass sie sich irgendeiner Kriegerschar anschließen und dort erst einmal in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, bis sie so wichtig geworden sind, dass niemand mehr in der Lage ist, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Und so findet man innerhalb der Reihen der Korsaren Eldari aus jeder einzelnen Gesellschaftsschicht, die man sich ausdenken kann. Manche sind Ausgestoßene der Asuriani-Weltenschiffe, andere sind tatsächlich Druckari aus Komorak, manche waren Harlequine oder gar Inari, bis sie sich aus unterschiedlichen Gründen irgendeiner Korsarenschar angeschlossen haben. Und obgleich sie eigentlich allesamt nach Freiheit strebende Individualisten sind, sind sie tatsächlich ihrem jeweiligen Fürsten oder ihrer jeweiligen Fürstin gegenüber erstaunlich treu. Wenn der Preis dessen stimmt, was am Ende auf sie wartet, folgen sie ihren Anführern bis zur Hölle und zurück. Aber da ist auch immer der Wunsch, zumindest bei einigen, eines Tages derartig einflussreich und mächtig zu sein, dass man losziehen kann, um seine eigene neue Kriegerschar zu gründen und der Galaxis den eigenen Stempel aufzudrücken. Jede dieser Flotten folgt, wenig überraschend ist sie doch ein kleines Königreich, natürlich ihren eigenen Gesetzen, die man kennen sollte, wenn man dort überleben möchte, denn die wenigsten haben Verständnis dafür, dass man aus der Reihe tanzt und wichtige Grundregeln ignoriert. Sie greifen von etablierten Standorten und Stationen an, die für die meisten Außenstehenden keinerlei Sinn ergeben, die aber innerhalb der Korsarenscharen durchaus gezielt ausgesucht worden sind, um schnell und schlagkräftig zu bleiben und vor allem, um immer so gut verborgen zu sein, dass jeder Angriff eine Überraschung für den Feind darstellt. Und so schlagen sie aus Asteroidenfeldern heraus zu, Planetoiden, die aus ihrer Bahn geworfen wurden, Rändern der Warp-Stürme. Man kann sich eigentlich in derartigen Gebieten niemals sicher sein, ob nicht jetzt aus dem Nichts heraus ein Korsarenschiff vor einem Auftauchen und einem alles abnehmen wird, was einem lieb und teuer wird. Denn schließlich ist das Glück immer mit denjenigen, die wagen, denjenigen, die tapfer sind und denjenigen, die vielleicht ein bisschen dummdreist innerhalb der Galaxis existieren. Wenn man sie dann das allererste Mal erblickt, wird man sehr schnell feststellen, dass man es zumindest mit keinem Welten-Schiff Eldari zu tun hat. Möglicherweise kann man sie mit Drukhari verwechseln. Denn ihre Optik ist so exzentrisch wie ihre Persönlichkeit. Sie sind keine uniformierte Einheit, haben dies längst abgelegt und tragen schlicht und ergreifend alles, was sie finden und was ihnen gefällt. Es finden sich Pelze und Leder-Formatierungen. Manche tragen Federn oder schmücken sich mit den Trophäen, die sie ihren erschlagenen Feinden abgenommen haben. Sehr, sehr viele haben sich Implantate anbringen lassen oder müssen mittlerweile Prothesen tragen, weil sie vielleicht doch zu wagemutig waren und eine Hand oder gar ein Bein einbüßen mussten. Allerdings sind diese Implantate und Prothesen nie versteckt oder uniformiert, dass man sie nicht auf den ersten Blick erkennen könnte. Auch diese tragen sie mehr wie Schmuck, damit jeder, der ihnen gegenübersteht, auf der Stelle erkennen kann, was dieser Körper und damit dieser Korsare bereits erlebt hat. Sie wollen die wilde, die ungezügelte Seite der Eldari verkörpern. Sie wollen zeigen, dass sie sich von der Zivilisation losgesagt haben und daher haben sie neben den erstaunlich farbenfrohen und zusammengewürfelten Kleidungsstücken auch keine wirkliche Spezialisierung, zumindest nicht, wenn man sie mit dem Weltenschiff-Eldari vergleicht. Ihre Krieger sind agil und müssen stetig flexibel bleiben. Man muss improvisieren können, denn nur so kann man innerhalb ihrer Profession überhaupt überleben. Sie können nicht nur ein bestimmtes Fahrzeug herausragend gut fahren, sondern sie sind mittelmäßig bis gut in sehr vielen verschiedenen Fahrzeugtypen. Schließlich weiß man nie, was einem in die Hände fällt, man weiß nie, was man dem Feind stiehlt und man sollte unbedingt in der Lage sein, alles zu steuern, um wegzukommen. Auch nutzen sie ihre psionischen Fähigkeiten. Es gibt keine Unterdrückung derartiger Geschenke innerhalb der Korsare, denn zum einen muss natürlich irgendjemand ihre Schiffe durch das Netz der tausend Tore führen, aber sie brauchen eben auch ihre Mystiker, die Wegsteine mit sich tragen, in denen sie die Seelen der Gefallenen einfangen. Zum einen, um sie davor zu schützen, im Warp zu verschwinden und dort ewig gefoltert zu werden. Zum anderen, weil die darin gefangene psionische Essenz derartig mächtig ist, dass die Mystiker gelernt haben, sie als Waffe gegen ihre Feinde einzusetzen. Und was treibt sie nun an? Es ist der Erfolg über allem. Sie möchten Spielsteine im großen Spiel der Welt sein, manchmal verkaufen sie sich sogar dafür, aber am Ende geht es nur um das, was sie selbst und ihre Fürsten tatsächlich wollen. Sie sind am Ende des Tages zutiefst egoistisch und irgendeinen altruistischen Zug darf man innerhalb von ihnen wohl auf keinen Fall erwarten. Und so lassen sie sich natürlich alles vergolden. Sie helfen natürlich den Weltenschiffen ihrer Vättern sehr, sehr gerne. Viele findet man auch als Freibeuter für die Weltenschiffe der Asuriani, aber eben immer gegen Bezahlung oder das Versprechen eines besonderen Artefaktes. Manche handeln aus persönlichen Verbindungen heraus oder werden deswegen angeheuert. Manche haben noch eine Blutschuld, die sie mit dem Weltenschiff verbindet. Manche dort noch Verwandtschaft, die lebt und sie akzeptiert. Andere haben einen Liebsten an diesen Orten gefunden oder schlicht und ergreifend Handelsbeziehungen, die derartig gut sind, dass keine Seite darauf verzichten möchte. Es sind Verbindungen, die durchaus Hunderte von Jahren halten können, denn schließlich profitieren beide Seiten derartig davon, dass es oftmals dumm wäre, sie abzubrechen. Die Korsaren haben Handelsgüter, bringen Informationen aus den entlegensten Winkeln der Galaxis und sind in der Lage, mit ihren schnellen kleinen Schiffen die Weltenschiffe vor Angriffen zu schützen, denen sie selbst möglicherweise schutzlos ausgeliefert wären. Aber gerade die Asuriani finden die dauerhafte Anwesenheit der Korsaren kompliziert. Schließlich zeigen sie ein Bild von Gesellschaft und Zukunft, das eventuell auf den Rest der Crew überspringen könnte und am Ende wäre der hart aufgebaute Zivilisationsvorsprung und alles, was man an eigener Härte an den Tag legt, verschwendet, weil die eigenen Leute so launenhaft werden, wie die Korsaren es ihnen vorleben. Das ist etwas, das einfacher ist mit anderen Handelspartnern, denn natürlich findet man sie auch in Komorak. Die Drukari sind herausragende Handelspartner, allerdings ist es für die Korsaren manchmal nicht so einfach, dort zu bleiben, weil einige von ihnen doch immer noch zutiefst angewidert von dem sind, was sie gerade in Komorak sehen. Manche stammen aber eben von dort und bleiben sehr, sehr gerne länger, da es für sie ein Gefühl von Heimat ist und die dritte Fraktion innerhalb der Korsaren findet es eigentlich völlig egal, was in Komorak passiert. Geld stinkt nicht und die Drukari haben davon wirklich viel. Zudem sind sie derartig gierig, dass sie herausragende Tauschpartner darstellen, denn oftmals möchten sie etwas so unbedingt haben, dass sie in ihren eigenen Artefaktkammern äußerst tief wühlen und dann den Korsaren etwas geben, was diese niemals an einem anderen Ort hätten finden können. An manchen Tagen entscheidet man sich sogar, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam Schiffe zu plündern, aber die Korsaren sind bei derartigen Bündnissen immer misstrauisch, denn man weiß ja nie, wann es den Drukari überkommt und man weiß nie, ob sie dem Gegner genug Leid zugefügt haben oder ob es nun doch noch das Leben oder zumindest den Leib eines anderen Korsaren braucht, um den tiefen Drang nach Leid im Universum der Drukari zu befriedigen. Nun gibt es Korsaren und dann gibt es die sogenannten Sternwunden-Korsaren. Sie stechen innerhalb ihrer eigenen noch einmal hervor und dies ist durchaus etwas Besonderes, sind doch die Korsaren bereits durch und durch gehärtete Persönlichkeiten, wie sie innerhalb der Eldari-Gesellschaft nicht so oft zu finden sind. Aber die Sternwunden-Korsaren sind nun die Abgehärtesten ihrer Zunft, gestählte Veteranen, von denen man sagt, dass sie alles an Schrecken, was das Universum bereithalten kann, zumindest schon einmal gesehen haben, wenn nicht sogar bekämpft und es überlebt. Und im Laufe der Zeit finden sie immer irgendwie zueinander, bilden Kriegerscharen oder eben kleine Kill-Teams, um dem Universum ihrem Stempel aufzudrücken. Denn sie wissen, dass sie ein tiefes Verständnis füreinander haben, haben sie doch die gleichen oder zumindest ähnliche Dinge gesehen und erlebt, teilen die gleiche Härte und das gleiche Leid sowie den gleichen Schmerz. Jeder einzelne von ihnen hat einen Ruf wie einen Donnerhall, entweder weil sie besonders ruchlos sind und Taten begangen haben, die man kaum wiederholen möchte, nicht einmal in Geschichten, oder aber weil ihre Seelen von einer ganz besonderen Härte sind, absolut unantastbar für alle Versuchungen, aber auch alle Bitternis, die die Galaxis auf einen einzelnen Sterblichen werfen kann. Und wenig überraschend sind es dann oftmals die sternwunden Korsaren, die man in den Kill-Teams der Korsaren findet. Und die Korsaren mögen diese Möglichkeit wahnsinnig gerne, in der Galaxis zu agieren. Denn sie sind perfekt, um sie unabhängig voneinander losschicken zu können. Und so haben sie zahlreiche, insbesondere eben im Koraplex oder im Spießrutenlauf von Nachmund. Denn selbst für diese Herausforderungen ist es oftmals gut, einfach nur ein kleines Team zu haben, das sich unauffällig von einem Ort zum anderen begeben kann. Das Kriegsgebiet selbst ändert sich ständig. Verbündeten kann man vielleicht einen Tag vertrauen, am nächsten aber schon wieder nicht. Und manchmal muss man auf Feinde noch einmal blicken, weil sie einem vielleicht etwas Neues bringen können, mit dem man bis jetzt noch nicht gerechnet hatte. Alles ist im Wandel, ständig und dauernd. Und wer zu langsam ist oder zu groß und damit zu träge, der stirbt, also lieber kleine, schnelle Teams, die Kill-Teams. Gerade die Sternenjäger oder die Drachen der Leere tun sich in derartigen Operationen hervor und haben im Moment wahrscheinlich innerhalb des Spießrutenlaufs die meisten dieser kleinen Teams unterwegs. Sie finden sich im Kampf gegen Chaos-Anbeter und imperiale Truppen, die im Moment dort das Größte aller Probleme darstellen, und bekämpfen sie, wo sie sie finden können. Teilweise eliminieren sie einfach nur einzelne herausragende Gegner, die ihnen das Leben sehrartig schwer machen, dass es wichtig ist, dass sie verschwinden. Manche stehlen aber auch einfach nur besondere Artefakte oder gar Waffen, die sie selbst einsetzen könnten. Manchmal sind die Einsätze militärisch notwendig. Manchmal geht es nur um Profit, den Ruhm, oder innerhalb mancher Kill-Teams um den Nervenkitzel, dass man sich beweisen muss, dass man etwas ganz Besonderes doch noch tun kann. Einen Meisterstreich, wenn man es so nennen will. Und ihr Vorteil ist oftmals, dass selbst wenn sie erkannt, entdeckt und weggejagt werden, viele der Außenstehenden sind nicht in der Lage, die Eldar auseinanderzuhalten. Oftmals treffen die Vergeltungsschläge sie also überhaupt nicht, oder zumindest den falschen, weil man nicht genau weiß, ob man nun von Drukhari überfallen worden ist, irgendwelchen Weltenschiff-Eldar oder gar doch Kosaren, falls die Außenstehenden den Begriff überhaupt kennen. Die Kosaren-Kriegerschan zerfallen also in viele kleine Kill-Teams, um an vielen Orten gleichzeitig zuschlagen zu können und so viel Zerstörung und Verwirrung wie möglich in die Galaxis zu werfen. Sie geben ihren jeweiligen Teams erstaunlich große Freiheiten. Oftmals ist es nur ein Ziel, das man ihnen gibt. Wie es erreicht wird, ist meistens egal. Der Fürst will einfach nur Ergebnisse sehen. Das hat auch damit zu tun, dass die jeweiligen Teams ihre eigenen Fähigkeiten am besten einschätzen können, man aber auch immer mit einer Sache vorsichtig sein müsste. Sind es doch gestählte Veteranen und damit starke Individualisten? Einmischung ist etwas, was die wenigsten von ihnen schätzen. Bevormundung von einem Fürsten, der selbst lange nichts mehr getan hat, das ist etwas, dem sie sehr skeptisch gegenüberstehen. Und so muss man immer ein bisschen schauen, wie lange man sie von der Leine lässt, bis sie ein Problem werden können und wie weit man sie zurückreißt, bevor sie sich zu sehr aufbäumen. Natürlich gibt es deswegen auch immer eng geführte Aufträge für sie, denn die Kriegerschar hat am Ende immer ein großes Ziel. Es gibt irgendetwas, das den jeweiligen Fürstinnen antreibt und diesem hat man sich, wenn man sich ihnen anschließt, doch nun auch verpflichtet. Die Kill-Teams sind in ihrer Zusammenstellung gerne ein Abbild der größeren Kriegerschar. Viele bestehen also rein aus Verbrechern, die sich geflüchtet haben, manche sind komplette Familienverbünde, aber andere gibt es auch, die sich ständig neu zusammenstellen, weil sie sich auf den jeweiligen Auftrag anpassen wollen und einfach nicht in der Lage sind, sich längerfristig an andere Eldari zu binden. Und der Wechsel der Mitglieder innerhalb des Kill-Teams ist, wenn man sich die Aufträge, die sie erfüllen, anblickt, auch oftmals wirklich nützlich oder gar überlebensnotwendig. Denn es braucht andere Korsaren, um einen Org-Freibeuter-Captain zu töten, als man sie braucht, um ein Ritual von Heretika Astartes zu stören. Manche von ihnen wurden zusammengestellt, um Mutationsausbrüche zu verhindern. Andere rauben Sklaven aus Menschensiedlungen für ihre verbündeten Druckari. Einige wenige Wahnsinnige erbeuten Waffen und Rüstungen von gefallenen Space Marines oder haben sich gar der Bekämpfung von Tyrannidenhorden gewidmet. Man findet sie eigentlich also gegen alles und jeden Gegner innerhalb der Galaxis. Niemand ist zu groß oder zu stark. Wenn man fällt, war einfach nur das Kill-Team noch nicht richtig zusammengestellt. Manche tun diese Dinge freiwillig da. Manche tatsächlich einen Moralkodex haben, der sie dazu zwingt, diese Sachen zu tun. Andere lassen sich, gerade wenn es um Sachen wie Plündern von Space Marines angeht, als Söldner anstellen. Dafür gerade muss aber die Belohnung natürlich groß und angemessen sein, ist es doch oftmals tödlich, einem Space Marine etwas von der Leiche zu ziehen. Daher haben manche zu solchen Aufträgen schon Eldari-Kriegsschiffe als Belohnung geschenkt bekommen und dafür setzt man das eigene Leben dann doch gerne aufs Spiel. Wenige Kill-Teams sind untereinander tatsächlich tief miteinander verbunden oder kämpfen länger miteinander. Man schließt sich eher kurzfristig zusammen und geht dann wieder eigene Wege. Aber wenn einmal eine enge Bindung kommt, wenn man einmal etwas ganz Besonderes miteinander erlebt hat, das gilt auch für die Eldari innerhalb des jeweiligen Teams, dann entstehen Bündnisse und ein Vertrauensverhältnis, das für die Ewigkeit hält und erst mit dem Tod des jeweiligen Eldari-Korsaren tatsächlich endet. Welche Scharen nun aber haben sich denn bereits einen Namen innerhalb des Universums gemacht, um darauf einen letzten Blick zu werfen? Es gibt mehrere von ihnen. Die einen nennen sich die Sternenjäger, geführt von Prinz Iriel, der Autar von Ianten. Er ist einer der mächtigsten Eldari, den die Galaxis jemals kennengelernt hat und diente einst als Admiral der Flotte Iantens. Er verlor jedoch seinen Rang aufgrund einer Entscheidung, die bis zum heutigen Tag stark umstritten ist. Er wurde von einer Chaosflotte angegriffen, die sich gegen das Weltenschiff, das er schützen sollte, wendete und in einem, ja, völligen Himmelfahrtskommando gelang es ihm, diese Chaosflotte zu zerstören, ließ dabei jedoch sein Weltenschiff ungeschützt. Dies war etwas, was ihm die Eldari nicht verzeihen konnten. Man hörte ihn an und teilte ihm mit, dass er nun degradiert werden würde, da dies ein Vergehen sei, das niemand akzeptieren könnte. Bei dieser Anhörung blickte er diejenigen, die über ihn urteilten, an und schwor ihnen, dass er gehen würde und niemals wiederkommen würde. Einige wenige Getreue folgten ihm und damit begannen die Sternenjäger in die Existenz zu treten, eine Korsarengruppierung, die immer größer wurde und sein Name ist nun innerhalb der ganzen Galaxis bekannt, für die Großtaten, die er gegen ach so mannigfaltige Gegner bereits begangen hat. Ebenfalls bekannt, aber meist aus mehr berüchtigt, sind die sogenannten Drachen der Leere eine der größten und mächtigsten Korsarenkriegerscharen überhaupt. Sie sind bekannt für ihre Kleidung, denn sie tragen schwarze und rote Rüstungen, in die man Bilder von Drachen oder Lindwürmern hineingeätzt hat, und selbst das Imperium ist vorsichtig, was sie angeht, denn man schätzt sie auf fast dreieinhalbtausend Schiffe, die durchaus eine problematische Schlachtgröße darstellen. Angeführt werden sie von Prinzessin Sarina, die die Iren in sämtliche Winkel der Galaxis schickt und, wenn man das Imperium fragt, völlig ohne Muster und Verstand. Sie scheinen alles zu bekämpfen und jeden zu überfallen, sie hat keinen Intimfeind und offensichtlich nichts, was sie wirklich antreibt, aber mit Sicherheit wird die Fürstin irgendetwas innerhalb dieses Lebens wollen, denn das ist es doch, was jeden Korsaren antreibt. Noch problematischer, fast oder zumindest unerkannte, sind die sogenannte Kielbeichte-Konklave. Wenn die schwarzen Schiffe, die seit mindestens 200 Jahren aktiv sind, auftauchen, kauern die meisten Gegner sich bereits in Furcht zusammen und hoffen, dass sie nicht gemeint sind. Es ist vor allem der Haboset-Subsektor, der von ihnen tyrannisiert wird und wer dies entschieden hat, weiß niemand. Ihr Anführer oder ihre Anführerin steht in den Schatten. Es gab ein Kopfgeld, gibt immer noch ein Kopfgeld auf Kamorak, um herauszufinden, wer es ist, aber all jene, die versucht haben, dieses Geheimnis aufzudecken, sind entweder verschwunden oder man hat ihre verstümmelten Leichen auf irgendwelchen Schiffswracks gefunden. Sie sind bekannt für ihre Grausamkeit gegenüber ihrem Gegner und dafür, dass sie auch gegen sich selbst grausam sind, sind ihre Körper doch mit Aber-Dutzenden von Schmucknarben verziert. Die wenigsten überleben die Überfälle, wer es aber tut, ist oftmals spannenderweise körperlich völlig unversehrt, aber wahnsinnig vor Angst ob dem, was er dort erlebt und gesehen hat. Dann gibt es die Himmelsräuber, eine Korsarengruppierung, die derartig für ihre Brutalität bekannt ist, dass sie innerhalb des Imperiums oftmals für die Rukari gehalten wurden. Diese Verwechslung hat dazu geführt, dass sie zu den Intimfeinden des Wolfslord Bran Redmoor der Space Wolves wurden, der sich ihnen in mehreren Schlachten gestellt hat und dem es schließlich in einer Schlacht im Carina-Nebel gelang, sie derartig stark zu dezimieren, dass sie für eine ganze Weile nicht mehr oder zumindest kaum noch agieren konnten. Dies hat allerdings auch dazu geführt, dass sie einen ganz intensiven persönlichen Hass gegen alle Söhne von Fenris hegen und pflegen und sie dort auslöschen, wo immer sie sie auch finden. Insbesondere ihr Fürst, Prinz Leertris, ist von dieser Problematik betroffen, denn fast seine gesamte Verwandtschaft wurde von Space Wolves ausgelöscht und so möchte er, dass keiner von ihnen mehr irgendwo wandeln kann. Es ist ein Hass, der vermutlich erst mit seinem eigenen Tod enden wird oder wenn es ihm gelingt, dieses Space Marine Chapter vollständig auszutilgen. Was ihn jedoch auch antreibt, ist seitdem der Erhalt seines Volkes, denn durch diese Verwundbarkeit, die ihm dort gezeigt worden ist, hat er verstanden, wie verwundbar die Eldari als Ganzes innerhalb der Galaxis sind. Und so wählt er die Aufgaben für seine Freibeuter sehr, sehr sorgfältig aus. Ihm geht es hauptsächlich darum, die Zukunft des Volkes zu sichern, um ganz sicherzustellen, dass sie niemals vollständig ausgelöscht werden und vielleicht auch, damit niemals irgendjemand seinen Schmerz erleiden muss. Die Letzten, deren Namen man nun seit einiger Zeit kennt, sind die stahläugigen Freibeuter, angeführt von der Piratenfürstin Caelis Carnelia. Sie selbst ist etwas, das man kennt, jemand, den man kennt, berüchtigt für ihre jahrhundertelange Heimsuchung des Sidestars-Systems und für ihre zahlreichen eigenartigen Anwandlungen. So ist sie derartig abgestoßen davon, mit anderen kommunizieren zu müssen, die keine Eldari sind, dass sie Zofen hat, die ihre weiße Haut reinigen müssen, jedes Mal dann, wenn sie mit einem Nicht-Eldari reden musste. Auch soll sie über die Gabe der Voraussicht verfügen und damit in der Lage sein, jene, die versuchen, an ihrem Thron zu sägen, zu eliminieren oder eliminieren zu lassen, bevor diese überhaupt eine Chance haben. Aber auch soll sie derartig schlau und gerissen sein, dass es für sie kein großes Problem stellt, derartig lang an der Macht zu bleiben, wie sie es bereits jetzt schon tut. Und dann ist da natürlich auch noch ihre Leibwache, die aus fünf Phantomkonstrukten besteht, die sie überall beschützt, egal wohin sie geht, was einen Mordanschlag wohl auch mehr als schwierig macht. Aber auch ihre stahläugigen Freibeuter sind berühmt-berüchtigt. Sie sind brutal, nicht so sehr wie die Himmelsräuber, aber durchaus problematisch und außerdem neigen sie dazu, genau zu markieren, wo sie sind. Sie ritzen eine langgezogene Iris überall dort hinein, wo sie einen erfolgreichen Angriff hinter sich gebracht haben. Es kann in die Schiffe sein, aber auch in die Leiber ihrer überlebenden Gegner. Selbst in psionisch prägbare Materialien brennen sie ein, dass sie an diesem Ort waren und vielleicht wiederkommen werden. Und das war eigentlich erst mal alles Wichtige, was man über Eldari-Corsaren und deren Kill-Teams wissen sollte, wenn man sich dafür interessiert. Ich hoffe, es hat euch interessiert, ihr habt gerne zugehört und ich verspreche, dass wir nächste Woche uns mit Kadia beschäftigen werden und dann noch eine Ära Indomitus-Folge erklärt kommt. Bis dahin bleibt mir wie üblich nichts anderes, als euch einen fabelhaften Tag zu wünschen, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!